Hallo Till. Hallo Robert. Wir planen einen Veterantag 2014, unseren ersten Veterantag für die Bundeswehrsoldaten, die seit 1992 im Auslandseinsatz sind. Und wie stehst du zu einem Veterantag? Brauchen wir einen? Ich denke schon, dass es eine gute Sache ist, wenn es einen Veterantag gibt. Also in Amerika ist ja Veterans Day eine Riesenveranstaltung. Das ist ja wirklich ein nationaler Feiertag. Das gibt es hier nicht. Und ich finde schon, das zu würdigen, was die Soldaten leisten. Es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Krieg zu verherrlichen oder das Militär zu verherrlichen, aber ein bisschen mehr Respekt für das, was Soldaten leisten, die bereit sind, also unser Land im Ernstfall zu verteidigen. Es geht auch nicht darum, jetzt den Einsatz in Afghanistan zu verherrlichen, wie man mir schon mal vorgeworfen hat. Und die meisten Soldaten, die ich getroffen habe da unten, wollen auch lieber zu Hause sein und nicht in Afghanistan. Aber sie sind eben bereit, für ihr Land im Ernstfall alles zu geben. Und ich finde, das wird in Deutschland zu wenig gewürdigt. Und in Deutschland ist zu sehr von vielen Menschen so die Haltung, du bist Soldat geworden, bist doch selber dran schuld. Und das finde ich sehr ignorant und sehr schade. Und insofern begrüße ich das, wenn es einen Veteranentag gibt. Vielen Dank für deinen Support. Gerne. Von Herzen gerne.